Auch unterwegs haben Sie ein Recht auf guten Sound. Und der ist Ihnen mit den portablen Mini-Aktiv-Lautsprechern Beat Cantu von Auvisio garantiert. Das clevere Lautsprecherset ist gerade mal so groß wie eine Getränkedose. Starke Magnete halten die beiden Lautsprecher zusammen. Lästiges Kabelgewirr gibt es hier nicht, denn die Anschlusskabel sind platzsparend im Gehäuse untergebracht. Nach getaner Arbeit rollen Sie sich durch den Rückzugmechanismus automatisch wieder auf. Die Boxen selbst können Sie ganz nach Belieben platzieren. Entweder stellen Sie sie einzeln auf oder zusammen im mitgelieferten Ständer. Wenn Sie eine größere Bassresonanz wünschen, drehen Sie mit einem Handgriff die Bassresonanzkörper aus den beiden Lautsprechern. Unterwegs hält der starke Akku des Sets sechs Stunden durch. Danach laden Sie ihn einfach am USB-Port Ihres PCs wieder auf. Nicht so groß wie eine Getränkedose, doch mit erheblich größerem Spaßfaktor. Das Lautsprecherset Beat Cantu ist äußerst edel, extrem leistungsstark und super handlich. Alles in allem also der perfekte Begleiter für Ihre Reise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ь отметosh an die O Chojic今年 die Kompassiniz Web auf. harder auf bique Angeh Weil oder und 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 einen